Artikel 10. Jeder hat das Recht auf eine öffentliche Verhandlung. Wenn jemand eine Straftat angeklagt wird, dann soll das öffentlich vor einem unparteiischen und unabhängigen Gericht geschehen. Die Öffentlichkeit der Verhandlung ist ein Schutz vor Willkür und Ungleichbehandlung. Andere werden so zu Zeugen und können eingreifen, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Gleichzeitig wird für alle anderen Menschen nachvollziehbar und transparent wie ein Gericht und damit die Staatsgewalt zu einem Urteil kommt. Das war Artikel 10. Bis gleich zum Artikel 11. Das war Artikel. pozi Vielen Dank.